Aloy. Ich hab's versucht, aber es ist unmöglich. Nichts kann sie umstimmen, fürchte ich. Wir haben keine Wahl. Viel Glück. Beta, du musst mit uns kommen. Es geht nicht anders. Es ist nur eine Mission. Die wichtigste. Wir brauchen dich. Warum willst du nicht helfen? Was ist, wenn... Was, wenn sie mich wieder mitnehmen? Allein in eine Zelle stecken? Eine Sklaven? Für immer. Das können wir nur verhindern, indem wir die Zines endgültig vernichten. Und um das zu tun, brauchen wir hier Festes. Die Zines sind eine Gefahr für alle, Beta. Nicht nur für dich. Also fasse deinen Mut. Das kannst du leicht sagen. Du begreifst nicht, wozu sie in der Lage sind. Ich hab dir von Anfang an gesagt, dass wir sie nie schlagen. Keine Chance. Beta... Lass mich in Ruhe. Du verstehst nicht. Das stimmt. Das tue ich nicht. Wir haben dieselben Gene, dieselben Gedanken, dasselbe Herz. Warum kannst du nicht die Stärke aufbringen, das Nötige zu tun? Wie es Elisabeth würde. Glaubst du, darüber hätte ich nicht nachgedacht? Ich weiß nicht, welcher Teil von Elisabeth mir fehlt. Ich weiß nicht, was du hast, das mir fehlt. Ich hab alle Daten von deinem Fokus angesehen. Du warst eine Ausgestoßene, gemieden und isoliert, genau wie ich. Was ist der Unterschied? Was ist bei mir kaputt? Was ist bei mir kaputt? Was ist bei mir kaputt? Beta... Du bist nicht kaputt. Beta... Schau, dir fehlt kein Teil von Elisabeth. Der Unterschied ist... Ich hätte ihn. Rost... Er hat dich aufgezogen und trainiert, war aber nie liebevoll. Oder nett? An dem Tag, an dem er starb und dir diesen Anhänger gab, da wollte er dich verlassen. Der Stamm sollte meine Familie sein. Aber dann gab er sein Leben. Für meins. Er liebte mich auf seine Weise. Und das hat gereicht. Wie war das für dich? Es war, als wäre... immer eine Stärke. um mich gewesen. Und ist es noch. Sogar jetzt kann ich seine Stimme hören, wenn es eng wird. Erscheint es unmöglich? Sieh genau hin. Kämpfe, als könntest du gewinnen. Du musst nicht auf die Mission. wir finden einen Weg. Ich geh mit. Das stimmt. Erst dann werde ich sicher vor Ihnen sein. Aber du musst mir eine Sache versprechen. ja, sicher, wenn es schief geht. Wenn die Sines uns finden. Ich will nie wieder ihre Sklaven sein. Verstehst du das? Okay. Versprochen. 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 Ich brauche viel Zeit, um mich auf die Verschmelzung vorzubereiten, damit sie so effizient wie möglich wird. Ich bin bereit, wenn du es bist. Ich schwöre. Ich bin bereit, wenn du bereit bist, komm zu mir und sag Bescheid. Dann sollen sich die anderen auf... du... ... ...